Heute werde ich den Superschwert hüften und diesen Dorfbewohner. Also, 3, 2, 1, go! Ein Hitkill, dieses Schwert hat, das Superschwert hat, Schärfe, Rückschluss, Plum, Schärfe, 5, Rückschluss, 2, Plünderung, 3, Unendlichkeit, 1, Verbrennung, 2, Stärke, 5, Schlag, 2, und Flamme 1 und es tut plus 13 und 25 Angriff Schaden. Das ist Superschwert. Niemand wird endlich Sündenswert. Also, wir probieren jetzt diesen Dorfbewohner so schnell wie möglich zu töten. killstreak 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 oh oh killstreak 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 Da, 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 da. Das ist schon sehr schön.